Dieser Hautausschlag... Nun ja, wir haben darin Leichenbakterien gefunden. Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs... Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Ich hab ihn zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal. Wir gehen mal zu Hause. Was ich gerade hier? Ich bin zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020